Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Michael Meimek von L-Dweber.live und heute schauen wir uns mal das Thema Investieren und Trading an. Ganz kurz bevor wir hier in die Materie einsteigen, wir werden am Ende des Videos eine Umfrage machen und zwar werden wir euch drei Coins vorstellen und ihr könnt euch dann davon einen aussuchen. Vielleicht habt ihr den ein oder anderen bei euch im Portfolio und deswegen wäre das bestimmt für den einen oder anderen interessant. Okay, los geht's hier. Um was geht es hier? Wir sehen jetzt hier gerade aktuell den Bitcoin-Chart auf Wochen-Chart Basis und wir gehen jetzt mal hier auf die Welle 2 ein. Bitte legt mich jetzt hier nicht auf den Count fest, sondern der dient nur zur Anschaulichung, weil ich euch hier gern was zeigen möchte. Wir gehen jetzt mal hier runter auf den Tageschart und dann gehen wir mal rüber und gucken mal, was hier los ist. Und zwar, das ist in dem Beispiel die Welle 1, das ist die Welle 2. Dann gucken wir uns mal die Verhältnisse an. Das heißt, hier bei 38%, 50%, 61%. Das heißt, in diesem Bereich werde ich oder als Beispiel gesehen werden hier Positionen im Markt hinterlegt. Das können wir hier gerne noch ein Stückchen runterziehen. In diesem Bereich werde ich Positionen langfristig aufbauen und mindestens 365 Tage plus einen Tag halten, um möglichst effizient in den Finanzmärkten, in den Kryptomärkten zu profitieren. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier rüber. Nur mal angenommen, das ist jetzt die Welle 3, die Welle 4. Wir gucken uns das jetzt mal hier genau an. Das heißt, das ist meine nächste Zone, wo Positionen aufgebaut werden. Das ist mein Bereich, wo ich langfristig hoddle. Was ist das Problem? Das Problem ist, dass manche diese Zonen verwechseln und nehmen das als Trading-Signal. Und damit entstehen viele Probleme, weil, das zeige ich euch jetzt mal hier an einem CAV, wenn wir jetzt hier mal ein CAV reinlegen, das dient nur zur Anschaulichung und du willst hier ein 3er CAV haben, dann wisst ihr auch genau, was das Problem ist. Das heißt, diese Zonen sind sehr groß und ja, dann sind wir hier mal schnell bei 55.000 und 42.000 Dollar. Das ist für mich nicht attraktiv, um in den Märkten kurzfristig zu profitieren. Viele nehmen diese Zone dann und versuchen das irgendwie miteinander zu vermischen und bekommen dann am Ende Probleme. Und ich habe das nämlich schon ganz oft gesehen, auch bei anderen Kanälen. Das ist, ja, wie soll ich das sagen? Das ist einfach ein Problem. Ja, also ihr müsst schon genau wissen, will ich jetzt investieren oder möchte ich das jetzt aktiv traden? Und wenn ich das aktiv traden möchte, dann zeige ich euch das jetzt nochmal ganz kurz auf 4-Stunden-Basis, wie das nämlich da aussieht. So, wir gehen jetzt hier runter, wir machen das erstmal wieder weg und dann gehen wir hier auf den 4-Stunden-Chart. Genau. Und was sehen wir hier? Wir haben jetzt hier die Welle 4 fertig gemacht und genau, die ist fertig und dann haben wir hier eine 1, 2, 3, 4, 5. Wie sieht dann zum Beispiel ein Trade auf 4-Stunden-Basis aus? Ich schaue mir an, passt das hier mit der Welle 1? Dann gucke ich mir die Welle 2 an, schaue, alles klar, 50%, 61, das sieht gut aus. Dann lege ich das CAV hier rein und mein SL wird leicht bei dem Anfang der Welle 1 hinterlegt und das ist nämlich genau unser Filetstück. Also das hier ist genau das, was wir am liebsten handeln und das gucken wir uns jetzt mal an. Die 4 hat die Welle 3 gemacht, die hat 161,8% gemacht. Also ihr seht, das hat alles genau Hand und Fuß, was wir hier machen. Das ist nicht einfach mal, ja, wir gucken jetzt mal und das hat hier irgendwas mit Hokuspokus zu tun, sondern die Wellenzählung muss exakt zu den Fibonacci-Verhältnissen passen und darauf werden unsere Trades aufgebaut. Und genau so läuft das nämlich ab mit unseren Trading-Signalen. Unsere Trading-Signale basieren genau darauf, das heißt wir haben jetzt hier ein CAV in den Markt gelegt und das Ding steht dann. Das heißt wir haben nicht die Möglichkeit dann zu sagen, ja, wir legen jetzt die Zone dann doch weiter runter oder die weiter oben hin. Nein, wir haben uns mit unserem Signal festgelegt und deswegen mache ich in Zukunft auch mehrere Updates dazu, um genau transparent das darzustellen, was hier auch genau passiert. Und wenn der Kurs hier runterläuft und läuft in den SL, dann ist das so. Ja, und jeder, der euch da irgendwas anderes erzählt und sagt, ja, wir haben jetzt hier eine Trefferquote von 100%, da bin ich raus, weil das stimmt nicht, definitiv nicht, weil hier keiner eine Trefferquote von 100% hinlegt in den Finanzmärkten. Wir arbeiten hier mit Wahrscheinlichkeiten und das ist für mich ein sehr schönes Beispiel, um euch das mal nahezulegen, wie das hier genau abläuft. Ja, und das unterscheidet uns definitiv, weil wir mit den Signalen, wir haben uns hier positioniert, hier wird auch nicht mehr dran gerüttelt. Und wenn ich dann danach ein Update mache, dann ist die Position immer noch im Markt hinterlegt und ihr könnt das auch ganz genau verfolgen. Ja, das nun mal dazu. Aber was ich euch noch ganz gern sagen wollte, ist, dass das natürlich ein sehr schönes Beispiel gewesen ist. Die Welle 3 hat hier exakt 161,8% gemacht. Wie gesagt, es ist nur ein Beispiel, wie so eine Zählung aussehen kann und wie wir ein Trading-Signal in die Zählung reinlegen, ja, auf 4-Stunden-Basis. Das heißt, ich unterscheide das auch ganz klar zwischen den Timeframes, ja, also dem Big Picture und den kleineren Zeiteinheiten, den 4-Stunden-Chart, wenn ich jetzt zum Beispiel Positionen im Markt hinterlege. Okay, wir schauen uns jetzt nochmal die 3 Coins an, die ich euch vor dem Video gesagt habe. Das wäre zum einen Immutable IMX und danach kommt der Troncoin TRX und den Hedera HBAR. Also, bitte stimmt alle fleißig ab. Vielleicht hat der ein oder andere den Coin bei sich im Portfolio liegen und möchte dazu ganz gern eine Analyse haben oder ein Trading-Signal. Schreibt es einfach in die Kommentare und dann werden wir das für euch auswerten und gegebenenfalls dazu eine Analyse für euch vorbereiten. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Mein Name ist Michael Meinmerk von adweber.live. Macht's gut, ciao und bis zum nächsten Mal.